Ja, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Runde Plants vs. Zombies, mit dabei die alte Wurst Sorbus. Willkommen zurück, liebe Leute. Und was spielen wir heute, Sorbus? Äh, Gartenzwergkommando, ne Gartenzwergbombe. Gartenzwergkommando, ja, ist so eine Mischung aus beidem. Gartenzwergkommando-Bombe. Wir spielen Gartenzwergbombe, den Modus, den wahrscheinlich noch einige kennen werden. Wir haben ihn schon lange nicht mehr gespielt, und zwar müssen wir hier so eine Bombe einsammeln. Ich bin beinahe tot. Und dann müssen wir die Bombe dahin zu den eigenen Garten bringen. Oh Gott, ich werde hier zerlegt. Ich werde hier zerlegt, aber ich springe durch. Ich bin hier so mies ein Rohr am Verlegen, Alter. Das glaubst du gar nicht. Das ist egal. Ja, während ich hier wieder gespielt habe wie ein junger Gott, war Sorbus wieder dabei, irgendwelche Rohre zu verlegen. Ja, ja, klar, muss man machen. Ey, die haben schon gelegt? Nein, nein, das waren wir, oder? Nee, nee, das waren die. Das waren die? Ja. Ja, dann renn mal hin. Wie sind die so schnell darüber gekommen? Achtung, Bohne, 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 Bohne. Oh, verflucht. Oh, verflucht. Gar nicht gut, gar nicht gut. Ich bin dran, ich bin dran. Deckung geben. Oh nein, neben mir ist eine Bohne. Schütze dich. Ich bin tot. Das kann doch nicht sein. Was macht denn unser Team? Wir konnten die so schnell die Bombe legen. Ich schüße das nicht, Alter. Okay, jetzt aber. Jetzt aber hier. Jetzt, 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 spülen wir ernst. Das war einfach nur... Das war einfach nur Scheiße. Wir müssen gucken, dass wir sie weg-tacklen. Ich hau jetzt hier die Leute so krass, krass. Hier, zack, Dreierabschussserie. Ja, aber die Serie bringt nichts. Wo ist die Bombe? Die ist oben. Die ist oben. Die haben die schon wieder. Die rennen da hin, hin. Scheiße, Mann. Ich bin so langsam, aus irgendeinem Grund. Ja, ein bisschen All-Star, ne? Ja, aber All-Star sind die langsam, als zum Beispiel jetzt irgendein Fußsoldat. Ich weiß es gar nicht. Als Fußsoldat? Ja, klar. Boah, wieder Bohnen. What the fuck? Ich hab's geblockt, Mann. Ich hab's geblockt. Hast du's gesehen? Mit meinem Leben hab ich die Bohne weggestoßen, damit mein Team hier die Bombe entschärfen kann. Achso, wir haben entschärft. Okay, cool. Cool, 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 Alter. So, jetzt müssen wir doch mal langsam im Angriff stoppen. Oben, oben, oben. Wieder oben. So, weg, die Sau. Wiederbelebung. Wir haben sie, wir haben sie. Alles klar, dann renn. Renn, Sorbus. Oh mein Gott, die spielen nur mit Erbsen. Alter, die sind scheiße. Ja, in dem Modus sollte man wahrscheinlich nur Erbsen spielen. Ja, weil die so schnell sind. Ja, die sind schnell und machen extrem viel Damage. Ich bin schon wieder tot. Ich hab die Bombe, ich hab die Bombe, ich hab die Bombe. Ich hab die Bombe. Oh mein Gott, ich komm durch, ich komm durch. Nein. Oh, waren da viele. Hier, eine ganze Erbsenarmee. Ja, ja, das ist das. Wie die sich einbunkern. Alles klar, die rennen da oben hin. Schnell, stell dich in die Ecke. Bomb ihn weg, Sorbus. Nutzt dein Megafon. Immer ans Megafon denken. Ja, ja, klar. Oh, ich bin voll Profi. Was ist denn los mit dir? Was ist denn jetzt hier los? Eben gerade hat's übelst gerockelt bei mir. Ist in der Luft, die Scheißbombe. Ich komm da nicht ran. Wo ist die Bombe? Ach, hier oben ist die Bombe. Alles klar, die Bombe ist verstanden. Alter, der Typ mit seinem Scheiß-MG, der Rundschi ist mal weg. Hier, Damien. Ah, Mann. Hat jemand die Bombe? Weiß jemand, wo die Bombe ist? Nö. Ah, die Bombe ist bei uns wieder mal am Friedhof dran. Ja, ist geil. Hast du die lange Bombe, Alter? Nee, ich hab jetzt hier nur die Standardvariante, weil die schneller zündet. Und ich dachte, wir brauchen nicht so viel Reichweite. Entschärfe, entschärfe, entschärfe. Ich bin dran, ich bin dran, aber ich bin keiner tot. Ich bin schon wieder tot. Ja, da oben, das Mies ist halt auch, die Erbsen sind halt so schnell überall, weißt du? Die können ganz schnell hochspringen und all der Scheiß. Ja, für den Modus ist die ziemlich zu overpowered, finde ich. Guck, hier oben, die stehen überall da oben, die campen so hart da oben auf den Gebäuden. Ja, klar. Und wir kommen halt nicht hin. Für den Modus sind die einfach zu overpowered, Alter. Die haben ja alles. Die sind schnell, die haben eine richtig explosive Waffe, die richtig reinhaut. Und die können überall hinspringen. Weißt du, das ist einfach zu viele Punkte. Wo ist die neue Bombe, Alter? Die liegt da schon. Wieder hier, wieder hier. Aber die sind überall auf den Dächern. Okay, der eine hat sie. Der eine hat sie. Was zur Hölle, wo will er hin? Zu unserem Garten? Wir haben Feuer und Eis jetzt hier. Feuer und Eis. Ich hab einen weggeholt. Oh, da hinten kommen schon wieder so viele Bohnen. Nein. Der da drüben hat sie. Und der hat mich erledigt. Was hält die Sau aus, Alter? Ich hau dem da voll die Feuerbälle in den Rücken. Interessiert den nicht. Was spielst du? Ja, Crickets da gerade. Okay. Ich glaube, die wollen uns an die Gurke, ja. Die machen uns platt. Renn, 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 renn. Warum halten die denn so viele aus? Ja, das ist es. Das frage ich mich auch. Ja, Feuer und Eis. Hol sie die, hol sie die. Wer hat sie, wer hat sie? Der andere hat sie. Nicht du. Go, go, go. Renn ihn nieder. Kühl ihn ab und renn ihn nieder. Oh mein Gott, der kommt wieder in der... Oh, oh, oh. Der Feuerkaktier hat mich weggeholt. Oh Mann, ey, ich hab 16 Kills, Alter. Was ist da los mit dir? Warum hast du nur vier? Warum lässt du nach? Keine Ahnung. So kennt man den Kies gar nicht. Das war sonst voll Profi. Normalerweise ist der König der Kills. Ja, irgendetwas. Killjaw. Killjaw nennt man ihn. Da kommt er wieder, der Killjaw. Da ist es immer. Alles klar, ich bin jetzt mal hier ein bisschen klempnermäßig unterwegs. Ich muss jetzt hier mal profimäßig, zack. Mit dem Senkschuss. Wo ist die Bombe? Oben. Kann sie jemand holen? Ich bin dabei. Ist es ihnen wirklich? Wir haben sie, wir haben sie. Alles klar, komm, ich balle hier in den Rücken. Ich bin hier ganz alleine, gegen zwei Erbsen, das schaff ich nicht. Boah, da oben. Ja, oben. Die haben mich weggebombst. Nein, nein. Hä? Nein. Deine Party hat eine neue Sitzung gestartet. Was ist das denn? Bist du raus? Nee. Okay, komische Anzeige im Spiel. Die legen, die legen. Nein, 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 nein. Wir haben es wieder, wir haben es wieder. Hinter dir, hinter dir. Rennen. Rennen, Wissenschaftler, rennen. Schnibbeldi, 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 du. Komm, machen wir. Da ist immer einer mit einem MG, das gibt es nicht. Ich bin tot. Da ist immer einer mit einem MG. Ja, komm, das haben die schon wieder. Den schärfen... Nein, Mann. Nicht mit mir, Alter. Ich liebe... Ich verbringe... Fuck. Nein, nein. Hattest du weggetackelt. Oh, ich werde von hinten gefressen. Und vergewaltigt. Oh, nein. Nicht schon wieder. Ich kann mich anbeliehen. Es explodiert. Ja, Mann. Ah, nur durch meinen krassen Einsatz. Hättest du das gesehen, dann wärst du Schleuder. Du bist der Held, Mann. Du bist der Held. Ich bin da einfach reingetackelt, weißt du? Ich dachte, boah, Alter, den nimmst du auseinander, weißt du? Wie damals. Wie damals, die Chili darin. Der reißt fest, Alter. Das sind alles wahre Geschichten, Leute. Das sind alles wahre Geschichten. Fuck. Geschichten aus der Straße. Apropos Geschichten. Erzähl doch mal alles aus der Umkleidekabine. Nein. Oh, verflucht. Wie damals, die Umkleide. Habe ich auch nur Nein gesagt. Okay, wo ist denn die Bombe jetzt? Ja, in der Proberunde. Wir wollten gucken, ob der Modus überhaupt noch jemand spielt. Da waren wir so gut. Also, ich muss sagen, ich bin immer noch gut. Ja, also. Un, 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 un. Oh, shit, oh, shit. Die Handi, die Handi. Ich weiß. Guck mal hier. Geiler Move mit dem Megafon. Das war sexy, oder? Ja, das war schon, das war schon geil, ja. Deine Arschbacke auch raus. Guck doch, weißt du, da hast du auch noch einen Job bist. Slow-mo. Slow-motion. Rennen. Der kommt durch, der kommt durch. Wie wir es noch gedreht haben. Tackle, Junge. Oh, ich nehme mich rein mit. Getackle. Ich habe beide weggeholt. Mach ihn weg, mach ihn weg. Ich habe noch einen Megafon geworfen. Jetzt liegt alles an dir, Mann. Jetzt liegt alles an dir. Jetzt liegt alles an dir. Ja, wir haben es ja jetzt. Relativ sicher. Wir haben es sicher, wir haben es sicher. Das schaffen wir nicht mehr. Jo, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich weiß gar nicht, wo die schießen um mich herum. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Scheiße, Mann. Was ist eine geile Runde, Alter. Boah, hier nochmal ein Megafon rein. Bam, benommen. Noch einen weggeholt. Langsam wird's, Mann. Langsam wird's. Ja. Das war alles nur Warm-up am Anfang. Und, 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 und. Boah, hab ich mir mein eigenes scheiß Leben gerettet. Scheiß Aufsteller. Hast du die Aufsteller dabei oder diese Trainings-Buddies? Die Trainings-Buddies. Weil die normalen Pappdinger sind ja total der Bullshit, finde ich. Ja. Nein. Wie ich wieder jemanden das Leben gerettet habe. Mir, mir. Mach was daraus, Songa. Mach was daraus. Ja, ich bin tot. Scheiße, Mann. Wo ist die Bombe? Wer hat die Bombe? Ich weiß gar nicht. Ich hab keine Ahnung. Boah, wo bin ich denn? Le Bombe. Hier drüben. Hier drüben. Pflanzen. Der Schnapper hat's. Der Schnapper hat's. Boah, will er mich verarschen? Nicht extra rum. Alles gibt an dir. Hey, dieser eine Typ da, ja? Der hat mich schon siebenmal weggeholt. Der will nur mich töten. 0,7. Ja, Mann. Ich hab keine Ahnung. Es gibt immer so einen Spieler, der so richtig den Kass hat. Übermorgen auf YouTube zu finden. Key's Job weggebasht. In Planet of the Summys oder so. Wahrscheinlich. Hat bei mir auch mal jemand gemacht. Ein Video denn? Eines der wenigen Videos, die für mich mal gemacht worden sind, waren. Ich hab den Sohs weggehauen. Und da bringt er sich in Battlefield erst mal zweimal selbst um. Und dann hat er mich einmal getötet. Das war so ein Bash-Video, weißt du? Ich hab die Bombe. Fuck, Alter. Unangefochten, an der Spitze, weißt du? Aber wir müssen natürlich fürs Team kämpfen jetzt. Hast du die Bombe? Ja, ich bin aber down. Fuck. Ich kam nicht durch, da waren so viele. Aber wenn sie hier runterkommen, wenn sie hier runterkommen, kriegen sie direktes Tackling in die Fresse. Einer muss verteidigen. Ja, jetzt lauf, lauf, Angriff jetzt. Ja, ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin hinter dir und hab hier den Presslufthammer. Mit meinem Hammer gibt's kein Gejammer. Komm, 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 wir können das packen. Das haben wir. Bohnen, Bohnen. Achtung, bei dir ist eine Bohnen. Boah, danke für die Warnung. Boah. Wir haben's, wir haben's. Mal wieder den Lücks Leben retten. Oh, shit. Nee, ist keiner drin. Das haben wir locker, Leute. Haben wir die plattgemacht noch? Ich dachte am Anfang echt, keine Chance. Ich will den Pausern. Oh, no. Ach, Leute. Ach, ich bin so. Haben wir sie kurz mal im Gefühl gelassen. Ah, komm, die YouTube-Boys. Die nehmen wir auseinander, weißt du. Und dann haben sie zurückgeschlagen. Wir wollten schon ihre Videos hochladen, weißt du. Wir wollten das schön machen, ja. Beiden weggezogen. Ohne Gnade. Ohne Gnade. Na gut, Leute. Das war eine geile Runde auf jeden Fall. Ja, dann sehen wir uns wohl in der nächsten Runde. Wir mal danke fürs Zusehen. Und... Tschüss. Tschüss. Horgan.